Herzlich Willkommen zu unserer Reportage Spezial über die Gropiusstadt. Die Gropiusstadt ist ein Ortteil im Bezirk Neukölln in Berlin. Mitte der 1950er Jahre kam es zu ersten Überlegungen zu einer Großsiedlung im Süden Neuköllns, im Rahmen der Wiederaufbauarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Grundstein für die Siedlung wurde 1962 durch den damaligen Bürgermeister Willy Brandt gelegt. Mit dem Bau wurde auch die U-Bahn-Linie C von Britz-Süd nach Budu verlängert, die heutige Linie U7. Hier sehen wir die Projektvorstellung von Walter Gropius. Die Fotos sind in der U-Bahn-Station Wutzke Allee zu sehen. Mit den Wohnungen wurde Infrastruktur gebraucht. Einkaufsläden, Kindergärten und Schulen wurden gebaut. In den 1970er Jahren entstand so die Schule am Spekader. Unser Reporter Lukas ist bei dem Konrektor der heutigen Schule. Unsere Schule wurde im Jahr 1968 geplant und sie wurde im Jahr 1970 fertig. In den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, als man also darüber nachdachte die Gropiusstadt zu bauen, da sah das also hier am Zwickauer Damm noch so aus. Man sieht hier auf dem Bild, wenn man ein bisschen näher rangeht, eine Bahnlinie. Das ist die Bahnlinie, die jetzt genau über den Zwickauer Damm führt. Ich habe hier mal noch ein Bild der 70er Jahre. Da sieht man also unseren Schuleingang. Der ist ja nun heute völlig verändert. Es wurde also viel Grün angepflanzt, kamen Kunstobjekte dazu. Ich habe hier noch ein anderes Bild von der Hofsituation. Es gab also da schon so eine Drehscheibe, aber wie man sieht, die Häuser, die man eigentlich heute vom Hof nur noch die Spitzen sieht, die sah man damals sehr gut. Die Bäume waren alle noch sehr klein. Es fehlte so an Grün. Also so muss man sich das vorstellen. Unser Reporter Emilio ist unterwegs und befragt Menschen im Ohrteil, wie sie die Entstehung und Entwicklung der Gropiusstadt erlebt haben. Also früher standen hier wenig Häuser. Wenig Häuser. Ich kenne das noch. Und zwar gar nicht unweit Wutzkeallee, wenn sie kennen, Maasliebweg. Da ist ja auch die Schule, die Grundschule. Da waren, hatten meine Schwiegereltern Erdbeerfelder bis zur Wutzkeallee runter. Da stand kein Haus, nichts. Es war Wahnsinn. Also man konnte sich das ja gar nicht vorstellen, dass so eine Hochhäuser gebaut werden. Das war dann, also mir und meinen Eltern war das immer schon unheimlich. Wenn man dann ganz nach oben fuhr, dann waren dann zehn Stockwerke, zwölf Stockwerke schon unheimlich. Und jetzt hier 24, 25 Stockwerke ist eigentlich ganz, ganz normal. Ja, das geht alles. Die Entwicklung geht weiter. Ich möchte hier auch nicht weg, wenn man hier groß geworden ist. Das hat man ja alles den Aufbau miterlebt. Als wir hierher zogen, waren noch Felder. Und für uns war es aber ganz was Besonderes, weil wir ein Reihenhaus Bungalow gekauft haben. Und dieser Reihenhaus Bungalow steht in der, ganz in der Nähe von den Groupies Passagen. Wir haben miterlebt, wie dieses Einkaufszentrum sich verändert hat, von ganz klein jetzt in riesengroß. Das ist eine Entwicklung. Und da ringsherum das ganze Umfeld damit auch verschönert wurde, ist es was ganz, was ich als ganz positiv empfinde. Und das andere ist, dass dieses Haus, da denke ich jeden Tag an den Architekten, ob das nun Gropis war oder wer auch immer, der das konzipiert hat. Das ist ein wunderschönes Haus. Also jeden Tag bin ich glücklich, dass ich da leben darf. Die Kinder, vier Kinder, das war ein bisschen eng mit denen. Das war manchmal, einer hat im Keller gewohnt, einer hat im Geräteraum gewohnt eine Zeit lang. Also die vier mussten irgendwie untergebracht werden. Das ging aber auch. Also ich bin im Moment eine glückliche, grobe Städterin und liebe das Gemeinschaftshaus, weil ich da früher gemalt habe. Jetzt töpfe ich da. Da kann ich auch mit dem Fahrrad hinfahren. Also ja, ich habe jetzt eigentlich so im Alter noch mal ganz neu entdeckt, wie schön es hier ist. Danke fürs zu sehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.